Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute ist Mittwoch, eine weitere SPC steht hoffentlich an. Bevor wir aber reingehen in das FIFA Ultimate Team, sehen wir, es ist Mittwoch, ein neues Team of the Week ist am Start. Und zwar das Team of the Week 41 mit Valery, Oskar und Wagner. Ja und interessant ist es, dass hier einmal das letzte Team of the Week jetzt erstmal ansteht. Denn EA hat gesagt, jo, ab nächster Woche Mittwoch droppen wir was anderes. Wartet ab, was kommt, wir wissen es noch nicht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was da kommen könnte. Würde mich auf jeden Fall interessieren, lasst uns gemeinsam diskutieren im Kommentarbereich. Ja und dann gehen wir jetzt mal rein in FIFA Ultimate Team und schauen an, was für SPCs oder welche SPC rausgekommen ist. Immer noch draußen das ultimative Team of the Season natürlich. Und auch das andere Team of the Season, beziehungsweise das Rest der Welt Team of the Season besser gesagt. Ja und wie gesagt, jetzt das neue Team of the Week. Bevor das Video richtig losgeht, ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Zerstört gerne wieder den Like-Button, wenn euch das Ganze gefällt, der tägliche FIFA 19-Content. Zerstört gerne die 200 Likes wieder, gebe ich heute wieder als Ziel raus. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr generell an FIFA 19 und SPC interessiert seid. Hier verpasst ihr keine weitere Squad-Building-Challenge in FIFA 19. Würde mich freuen, wenn wir die 25.000 Abonnenten natürlich knacken könnten. Diesen Monat noch, das wäre richtig, richtig nice. Und wenn du sie jetzt mal reinlässt hier in FIFA, dann könnten wir mal nachschauen, was für SPCs denn überhaupt draußen sind. Mittwoch ja eigentlich immer so ein ruhigerer Tag. Insofern bin ich mal überhaupt gespannt, ob überhaupt was gedroppt ist. Deshalb gehen wir mal rein zu den Squad-Building-Challenges und schauen mal an. Also, Nabil Fekir, die SPC ist immer noch da, 23 Stunden ist die draußen noch. Rückblick, Richard Marais, ein Tag, 23 Stunden. Also, der läuft noch bis Ende der Woche, beziehungsweise bis Freitag. Und garantiert 82 Plus Upgrade, genauso wie 80 Plus Spielerwahl-Upgrade. Da habe ich jeweils schon ein Video dazu gemacht, 20 Upgrade-Sets von aufgemacht. Falls ihr es verpasst habt, checkt es auf jeden Fall gerne ab. Das läuft aber, wie gesagt, hier auch noch zwei ganze Tage. Dann haben wir in der Video Joseph Martinez, SPC, immer noch am Start. Die finde ich auch ganz nice. Zwei Tage ist die verbleibend. Oh, und wir haben eine Paulinho-SPC. Hol dir Tod's Moment, Paulinho, und feiere seinen tollen Doppelpack gegen Shanghai, SIPG, FC. Also, Andres Iniesta kam gestern schon raus. Vier Tage läuft die SPC nur. Okay. Tod's Moment-Karte wieder am Start. Und ich würde sagen, um diese wollen wir uns dann heute mal kümmern. Fangen wir an mal mit der Spieler-Bio. Heute wieder mit dem Format, dann lohnt sich die SPC ja oder nein. Die Größe 1,81 auf jeden Fall ausreichend für den zentralen Mittelfeldspieler. Hoch, hoch sind da die Arbeitsraten. Das auf jeden Fall auch sehr interessant. Drei Sterne, drei Sterne. Eher so ein negativer Punkt, würde ich jetzt mal sagen. Was haben wir noch am Start? Gehen wir mal zu den Stats. Hm, erster Eindruck sieht schon mal gut aus. Tempo 77. Ich finde, es ist ausreichend vom Tempo. Kann man je nachdem auch noch boosten. Der Schuss für einen ZM, das ist ein Achter. Man muss mal überlegen, wo man ihn spielen will. Als Sechser, als Achter, als Zehner vielleicht sogar. Zehner wäre eine gute Option. Man kann nicht spielen. 91 Stellungsspiel, Abschluss bei 87, wenn man das geboostet haben will. Kann man den auf jeden Fall auch auf der Zehn spielen, finde ich. Passspiel ist da mit Übersicht 86. Kurzer Pass bei 92, sogar langer Pass bei 88. Dribbling sieht auch nice aus, bis auf die Balance. Flanken kann er auch nicht, muss man sich auf jeden Fall auch merken. Defensive sieht ausgeglichen aus. Und vor allen Dingen die Physis gefällt mir mit 96 Ausdauer. Und Sprungkraft mit 94, also der kann auch köpfen, ist ja schon 1,81. Das gefällt mir auch schon mal gut. Und man kann dann, wie gesagt, je nachdem, wo man ihn spielen will, den richtigen Kämpferlauf packen und die Karte je nachdem boosten. Interessant wird es natürlich hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Klar, er ist Brasilianer, deshalb gut linkbar. Aber die Chinese Super League, ja, da wird es natürlich ein bisschen kritisch. Wir haben es eben gesehen. Oscar natürlich, das wäre der Perfect Link, meine ich sogar. Wer hier am Start zu Oscar. Also das wäre eine Option, aber wer will diesen Oscar eigentlich im Starter Squad haben? Und wer hat ein Chinese Super League Starter Squad? Also ich denke, da müsst ihr auf jeden Fall, falls ihr ein Brasilienteam habt, könntet ihr theoretisch auf einen Paulinho gehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr von der SPC? Generell das Format, lohnt sich die SPC? Ja oder nein? Da ist auch mal eure Meinung gefragt. Ihr schreibt mir gerne in die Kommentare, was haltet ihr von der SPC? Wenn ihr sagt, jo, das Ganze lohnt sich, gerne mit in die Kommentare. Aber auch wenn ihr sagt, hey, das Ganze lohnt sich nicht mit Begründung, in die Kommentare. Lasst uns da gemeinsam drüber quatschen. Mein erster Eindruck ist, wir sehen ja, wir müssen ein Segment nur abgeben. Es ist auch keine schlechte Karte. Die Frage ist, was diese SPC jetzt hier von uns haben will. Das schauen wir uns einfach mal jetzt mal an. Ich war noch nicht drin, hab sie mir noch nicht angeschaut. Und was will ihr von uns haben? Zwei Brasilianer mindestens. Team-Auf-Duel-Spieler mindestens ein. Team-Auf-Duel-Spieler mindestens 83. Das ist nice. Team-Spieler mindestens 75. Und ein paar Spieler im Team sind 11. Wollen wir die heute auch abschließen? Könnten wir theoretisch machen. Ich überlege mir das Ganze mal. Aber erster Eindruck, Team-Auf-Duel-Spieler vielleicht ein bisschen zu Overkill. Aber 83er-Squad nur. Ey Leute, gar nicht mal so schlecht. Das für eine 89er-Karte. Wie gesagt, keine Tots-Karte. Eine Tots-Moment-Karte. Man kann sie also nicht als Tots-Karte abgeben. Das Problem ist halt nur, jo, wo will ich den reinballern? Falls ihr einen Brasilianer-Squad habt, ist das eine Karte, die euch besser macht? Das ist vielleicht eine Frage, die ihr euch stellt. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht mal so schlecht für einen 83er-Squad. Vielleicht ein bisschen too much mit dem Inform. Wir können mal kurz gucken bei Footbin, ob da schon irgendwas am Start ist, was die SBC angeht. Und dann schauen wir mal, ob wir das Ganze heute hier abschließen oder nicht. Also noch ist nichts dran. Andres Iniesta kostet auch nur 67.000 Münzen übrigens. Das war die SBC, die wir uns gestern angeschaut hatten. Also wie gesagt, wir gehen einfach mal rein und schauen, was wir bei Paulinho-SBC alles so machen können. Aber was ist euer Eindruck? Ist es irgendwie unnötig? Eine unnötige SBC von EA? Weil im Endeffekt, wo willst du den halt spielen? Brasilianisches Team und was anderes kommt halt einfach nicht in Frage als Super-Sub. Ja gut, ist halt die Frage, ob man das jetzt... Ich meine, wir haben jetzt fast Juli. Anfang Juli. Das Spiel ist quasi Richtung Ende hin. Und ob sich diese SBC jetzt noch lohnt, ganz ehrlich, das weiß ich jetzt nicht so wirklich. Insofern, ja, gehen wir eure Meinung in die Kommentare. Wir schauen mal, was für Untradable-Spieler so am Start haben. Und ja, Totskarten würde ich auch nicht schlimm finden, wenn wir da eine benutzen. Muss ich auch ganz klar sagen. Aber wir schauen einfach mal, was wir so Schönes haben. Ist ja nur ein 83er-Squad. Habe ich Infobs hier schon am Start gehabt? Hier noch nicht. Habe ich Infobs überhaupt noch im Verein? Ich meine ja. Jawohl, 82er. Die könnten sogar ausreichen. Den Hündel laden ich jetzt erstmal nicht mit. Und dann gucken wir, was wir hier mit den 83ern und 84ern so erledigt bekommen. Es ist ja nur, wie gesagt, der 83er-Squad. Aber den könnten wir auch abgeben, theoretisch. Wir müssen halt den 82er-Inform irgendwie ausgleichen. Und vielleicht nehmen wir tatsächlich einen Kalou mit an den Start. Und ein paar Spanier-Sich haben wir hier am Start. Das ist auch sehr, sehr nice. Vor allen Dingen auch hier mit dem Torhüter. Gar nicht mal so schlecht. Ja gut, wir können auch Adan reinballern. Garcias in die Innenverteidigung. Und dann gucken wir doch einfach mal, was wir für Spanier haben, würde ich fast schon sagen. Wir brauchen nur 75 Team-Chemie. Zwei Brasilianer. Daran müssen wir auch noch denken. Gucken wir erstmal, was wir für Brasilianer haben. Allah, meine ich, hat man gerade da schon gesehen. Giuliano. Oh, Anderson, Taliska. Das wäre natürlich auch... Na gut, Link war jetzt nicht. Douglas Costa hatten wir gestern. Der ist untradable. Der wäre auch eine Option mit Allah als 84er. Würde ich jetzt gar nicht mal so schlecht finden, die Option. Weil dann könnten wir halt wirklich reinstellen, was wir gerade noch so finden. Oh, hier. Wir nehmen Philipp Andersson. Der ist für mich untradable. Dem nehme ich aber sowas von Safety. So, Sokratis könnten wir noch nehmen. Aber Italienische Liga mit Allah. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. 44 Team-Chemie haben wir. Gehen wir einfach mal jetzt, glaube ich, in die Spanische Liga. Und gucken, was wir da noch so Schönes haben. Also, in der Innenverteidigung haben wir was. Haben wir Zavic. Haben wir auch einen Godin. Das gefällt mir aber auch schon mal sehr gut. Im ZM haben wir hoffentlich auch irgendwas Spanisches. Sieht nicht gut aus. Im Mittelfeld hoffentlich irgendwas. Das wäre jetzt ein Träumchen, muss man ganz klar sagen. In Argentinien ja. Können wir damit was anfangen? Nicht wirklich, ne? Ballern wir mal rein und gucken, wie das vom Rating her aussieht. Wenn wir jetzt hier noch einen weiteren rein... Leute, das reicht schon. Das reicht schon. Das reicht schon. Das gefällt mir. Das ist nice. Gucken wir mal in der Bundesliga, glaube ich, nach. Wir haben noch Rorginho, sehe ich gerade, als Italiener. Passt hier aber nicht wirklich rein. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, ich schließe eben mal diese SPC ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Freunde. Da bin ich jetzt zurück mit einer Lösung. Ich weiß, es eben war ein bisschen vielleicht zu Overkill. Und ja, jetzt haben wir hier eine Lösung. Die könnt ihr sogar 1 zu 1 nachbauen, wenn ihr Bock habt, Paulinho abzuschließen. Ja, da haben wir folgendes Spiel am Start. Einmal ein Sirigu, den ich hier eben für 800 Münzen einfach eben mal geholt habe. 1.300 Pepe Reina. Keine Ahnung, wann ich den für 1.300 geholt haben soll. De Vrij ist für mich untauschbar. Dann haben wir Pizella. 900 Münzen habe ich eben für den bezahlt. Consigli 900 Münzen. Dann haben wir Boja. Valero, 8.50 hat er mich gekostet. Parolo, 800. Allah, untauschbar, wie gesagt. Suso, 3.000 Münzen hat er mich irgendwann gekostet. Chic ist untauschbar. Also in Form. Untradable. Perfekt 4 für so eine SPC. Und viele bei Andersson als untauschbaren Brasilianer hier ebenfalls am Start. Ja, ihr seht es. Vom Rating her ist da also einiges möglich, was man da so machen kann. Das ist jetzt eine von vielen, vielen Möglichkeiten. Ihr müsst das Ganze nicht 1 zu 1 nachbauen. Es ist, wie gesagt, nur eine Möglichkeit von ganz, ganz vielen. Und wir geben das Ganze jetzt ab. Wir geben das Ganze ab und holen uns diesen Paulinho. Mal ab. Ja, und dann schauen wir uns gleich nochmal genau an. Ja, für wen lohnt sich jetzt eigentlich diese Karte Paulinho? Wie gesagt, es ist schwierig. Wir haben jetzt Anfang Juli. Wenn man Rügelig spielt, hat man sein Team eigentlich zusammen. Da braucht man nicht so ein Paulinho. Insofern schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was denkt ihr, ja? Was denkt ihr, für wen lohnt sich so eine SPC? Für wen hat EA diese SPC gemacht? Für die normalen Leute, die einfach mal irgendwie, keine Ahnung, jetzt zum Ende hin quasi von FIFA nochmal quasi eine neue Karte brauchen. Macht es Sinn? Wir schauen da direkt jetzt auch mal nach bei Footbin, ob das Ganze preislich reingekommen ist von der SPC. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich, ja, ihr seht es, 40.000 Münzen. 40.000 Münzen kostet diese SPC. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit etwas falsch machen kann. Wenn wir uns das Ganze mal hier jetzt anschauen mit den billigsten Spielern, die es überhaupt gibt. Also wir gucken mal, 89er Karten kosten 36.000 Münzen und diese Karte kostet 40.000 Münzen. Insofern ist es, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle, wenn ein Grießmann, die normale Karte von Grießmann, kostet 36.000 Münzen auf der Xbox und diese SPC kostet 40.000 auf der Xbox. Also, Leute, ganz ehrlich, für mich ist es fast wie in Yester geht es an dieser SPC. Coin-mäßig gesehen und was man quasi zurückbekommt, es ist einfach, ja, perfekt. Es ist perfekt, 100% lohnenswert, was die Coins angeht. Und deshalb würde ich sagen, Leute, wenn ihr Bock habt auf eine 89er Karte in einer SPC oder sowas, schließt die SPC gerne auch ab. Ja, warum denn nicht? Warum nicht? 89er Karte kosten, wie ich habe es eben vorgelesen, Testegen zum Beispiel 38k, Dybala 37k. Also alles sehr, sehr preislich, nahpreislich an der SPC von Paulinho. Insofern, entweder ihr spielt ihn oder ihr schließt ihn ab, vielleicht für eine SPC. Und ich kann eigentlich nur sagen, preis-leistungsmäßig ist diese SPC top. Und wenn wir uns die Werte jetzt nochmal hier angucken, Physis ist da, man kann den sogar auch spielen. Wenn man Bock hat und wenn man ihm, wie gesagt, das ganz, ganz wichtig gelingt bekommt. Zum Beispiel mit einer brasilianischen Ikone. Deshalb packt man die jetzt rein in den Verein und damit sind wir für heute durch, tatsächlich schon. Mit der SPC zu Paulinho Andres Iniesta, haben wir ja gestern die SPC schon gehabt, nochmal kurz da reingehen. Wie gesagt, die liegt preislich bei 65.000 Münzen. Hier nur ein 84er Squad mit zwei Barca-Spielern. Und da kriegt ihr halt, wie gesagt, zurück eine 94er Karte. Was will man bitte mehr? Ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen mit Paulinho, mit der SPC. Ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ja, lasst mich das wissen mit einem Like. Und wir gehen jetzt nochmal kurz am Ende des Videos hin und schauen uns an, was mir direkt eingefallen war. Zum Beispiel hier war ein Taliska, was man so sonst noch linken könnte. Aber ich meine, diese eine war in den Wochenaufgaben drin, diese eine Special-Karte. Ich glaube, wir haben nur die Informs, genau. Also, da haben wir natürlich, was war das für eine Karte? Carnibal? Ich glaube, es war ein Carnibal Andres von Taliska. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, halt so einen zu linken. Ja, aber das nochmal zu Paulinho. Und damit soll es das, wie gesagt, für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zerstört den Like-Button. Lasst ein Abo da, wenn ihr auch morgen wieder mit am Start sein wollt. Top-Party, ihr wisst Bescheid und viel, viel mehr. Insofern haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Hachi Gaming. Ciao, Leute.